Es ist nicht mein Mikro. Ich könnte jetzt zauern, wenn du nackt in der Sauna vor mir stehen würdest, würde ich dich fragen, spürst du da meinen Daumen bei dir im Po? Du würdest sagen, ja, und ich würde machen, kuckuck. Deine lachen Haare drehen sich gerade um einen Stieglitz. Wir zwei fahren irgendwo hin. Na gut. Wo ich ganz allein mit dir bin. Ja? Ich lege dich beuchlings vor mich hin und steck ganz plötzlich drin. Wir zwei fahren irgendwo hin und hohen. Moment, ich brauche eine Warte. Ich muss mir mal eben eine Warte bauen. Sekunde. Hast du mal Harspray? Was? Ja.